Jolle, sowas gehabt und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja Leute, heute wieder mal The Forest. Ja, lang kein The Forest. Sorry, dass ich lang kein The Forest mehr gebracht habe. Ja, liegt daran, dass ich keine Zeit mehr habe. Aber jetzt habe ich wieder Zeit und kann Part sehr viele Teile hochladen. Und ja, mit ein paar Schülpulten, die wir erstmal nicht brauchen. Denn mein Ziel ist es erstmal in die Hülle da hinzugehen, weil jetzt mal in so einer letzten Folge, da haben wir die Hülle direkt entdeckt. Und dann haben wir das Haus gebaut. Das Haus hat so lange gebraucht. Ey, die Folge, also die letzte Folge ging, glaube ich, in die zwölf Minuten, glaube ich. Die Folge ging zwölf Minuten. Und ich habe eine Stunde lang aufgenommen. Und das war der Horror. Das war echt, Alter. Oh, ein paar Steine und so. Ah, super. Ich habe gerade auch einen Sperr gemacht. So. Oh, das sind Eichhörnchen, oder? Ja, das sind Eichhörnchen. Oh nein, da haben wir ein paar Freunde. Yo, Leute, was geht ab? Was glaube ich? Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Oh nein, das war knapp. Na, ich bin echt tot. Alter. Mann, ich habe nicht nur noch eine zu gute Waffe, noch keine Rüstung, ey. Meine Güte. Nein, da gehe ich nicht hin. Da kann ich nicht hingehen, ey. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der Höhle wieder. Ja, bis gleich. So, wir sind angekommen in der Höhle und würde mal sagen, wir gehen direkt rein. Let's go. So, jetzt kommt wieder ein Bug-Safe. So, wir sehen uns in der Höhle. So, wir sind in der Höhle. Und da höre ich schon ein paar Biester. Boah, ich höre sehr, sehr viel. Boah, ich höre sehr, sehr viel. So, wir sehen uns in der Höhle. 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 du trägst du wollte ich mich erschrocken habe machen ich habe mich erschrocken aber das war nicht mehr normal das war nicht mehr normal großen loch muss ich nein so falscher knopf weh warte mal, mein Speer so ich habe noch eine richtige Speer ich brauche weiter heben ich habe wieder ein paar oh nein ich bin weg, ich bin weg nein 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 oh eh what the lol die wollen die wollten mich aufessen ich muss hier raus erstmal die 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 alter alter mein gott was was das denn Ich dachte ich bin gestorben Und wo komme ich denn raus? LOL Okay Habe ich noch meinen Speer? Ja habe ich Nice Oh Nice Ich dachte das wäre irgendwas zum Besonderes oder so Alter Ich wollte mich echt umbringen Ich wollte mich echt Wie die Typen machen Genau wie Ich wollte mir die Därme ausreißen Genau das wollten die auch mit mir machen Alter was war das für ein Höhemassaker was ich gemacht habe Oh neue Kleidung Oh ich habe neue Kleidung Das ist wieder so ein Tennisball Was ist das? Lüftfackeln Okay Dosen Das brauchen wir unbedingt für Höhlen Hier sind Oh dynamisch Nice Das brauchen wir unbedingt für Höhlen Ich kann nicht mehr tragen Scheiße So Sehr viel Zeug ey Oh Medizin das brauchen wir unbedingt So jetzt noch ein paar Fahne So nice Nice Noch ein paar Seile Und ja Vielleicht mal sagen wir könnten gehen So Die ist noch ein bisschen Wie groß ist es nicht so Oh Betinkanister So Treifstoffkanister für Die Kettensäge Das brauchen wir ey Das brauchen wir Wir brauchen alles Das sieht aus wie wie so ein Versace Koffer Oh noch eine neue Kleidung Nice Ist schon wieder Sieh ich mal an Keine Ahnung wie ich aussehe Aber ok Er hat nur die Kleidung Ich muss zum Phrasen Ich muss essen War ein bisschen am Anfang Oh der ist noch ein Bild Hier ist ein Bild Ok Uh Farbe Nice So Dann würde ich was sagen Wir gehen wieder Nach Hause zurück Warte mal Nein Das ist jetzt nicht das glaube Oder Nein 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 Bitte hat er mich jetzt nicht gesehen Piss dich doch Oh ein Hase Komm Komm Nein Nein Ich hab schon wieder gegen den beschissenen Hasen gewonnen 2-0 für den Hasen ey Mein Güte Oh Oh Strasse für das Flache war es nicht Ach man 2-0 für den beschissenen Hasen ey Ich krieg einfach den Hasen nicht Oh Verpiss dich doch Ich bin einfach nur nach Hause Okay dann würde ich sagen Wir sehen uns Wenn wir zu Hause sind Bis gleich Boah ich bin noch ein Dorf Boah Was ist das denn Ich will gerade nach Hause gehen Jetzt bin ich noch ein Dorf Bezinkanister Noch einer Ich brauche unbedingt einen Topf ey Komm 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 Survival Survival What the fuck Warte ich hab einfach ein Geschrei gehört Ey wir sind jetzt zu Hause Boah ich hab noch eine Hülle gefunden Okay wieder markieren Warte Da Markieren Machen wir mal Blau So Ey ich find einfach hier Klasse Das ist ein Topf Ein Topf Nice Nice Alter Ein Topf Das hab ich so gebraucht Alter Sonst ist nicht meine Also ich Ich find immer auf dem Weg So kranke Sachen Okay jetzt wirklich Bis gleich So Ich bin jetzt zu Hause Angegangen Also Bin jetzt zu Hause angekommen Hab noch kurz geschlafen Und abgespeichert Und dann würde ich mal sagen Wir werden uns mal ein bisschen Irgendwas zu verteidigen Mal Was anbauen Hier Verzeichnungsfunk Das können wir uns mal anbauen So Ich muss sagen Wir fangen mal hier an Nein hier So In das Haus Ach nee Das ist Kaffee So Warte mal Ich muss ja auch dafür Die Tür machen Ich muss ja auch dafür Ich fange schon mal Hier an Warte mal Ich muss das Ding hier Wegschieben So Das ist gut so Jo So Bei der Regenswand Starten wir mal Hier Warte mal Ich muss das hier machen So ungefähr So So. Das hätten wir mal. Dann werde ich noch hier Verteidigungsdorn bauen. So, wo sind die? Hä, wo sind die? Da. Verteidigungsdorn. So, packen wir mal hier eine. Und hier auch. Das würde reichen, oder? Okay, aufbauen werden wir das Ganze in der nächsten Folge. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, abonniert den Kanal. Morgen wird wahrscheinlich eine neue Folge kommen, oder übermorgen. Ich weiß nicht, ich muss gucken, aber entweder auf jeden Fall bei diesen Tagen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.